Hallo Freunde und willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Vadim und auf diesem Kanal findet ihr die besten Immobilien zu den besten möglichen Preisen an der Costa Blanca. Und heute, meine Freunde, habe ich etwas super Besonderes für euch und zwar eine Immobilie für den Preis von nur 85.000 Euro. Und das ist wirklich ein Schnäppchen, denn vorher hatten wir für dieselbe Immobilie Preise von über 100.000 Euro. Zwei Schlafzimmer direkt am Strand von La Marta, 150 Meter entfernt. Wie ihr bereits kennt, der Strand von La Marta ist einer der besten und schönsten Strände hier in der Region von Alicante. Hat einen Wildenstrand auf der anderen Seite, einen wunderschönen Pinienpark neben dem Wildenstrand, hat verschiedene Bars, Restaurants und ist einfach typisch spanisch hier. Denn es sind nicht so viele Ausländer wie zum Beispiel in Torrevieja da. Das heißt, La Marta ist wirklich noch ziemlich spanisch. Wir haben hier eine schöne Burg von La Marta. Wir haben die Plaza hier von La Marta, wo wir das Büro haben von Alicante Ullestate. Das heißt, wir haben heute wirklich super schönes Top-Angebot als Ferienwohnung in einer Top-Lage für einen super guten Preis. Und jetzt, meine Freunde, schauen wir uns mal das Ganze von innen an und ihr kommt mal mit. So, jetzt sind wir direkt vor der Immobilie, vor dem Hauseingang. Und wir haben direkt an der Immobilie zum Beispiel ein kleines Restaurant, wo wir frühstücken gehen können. Oder so einen Drogeriemarkt, wo wir zum Beispiel Sachen für unser Haus kaufen können. Und die Plaza, wo wir eben angefangen haben, ist nur 100 Meter entfernt in die Richtung. Wir sind an der Calle Mayor. Und ja, es ist eigentlich top gelegen. Wir kommen da zum Strand, wir kommen hier zum Strand. Wir haben Optiker hier. Eigentlich alles, was wir brauchen, haben wir hier in der Nähe, in der Calle Mayor. Auch Busseite stellen und alles drum und dran. Das heißt, gut zu vermieten, gut als Ferien machen, also als Ferienwohnung eigentlich ideal. Und jetzt schauen wir uns mal die Immobilie an. Ihr seht jetzt einige Videos davon. Und zwar, wenn wir reinkommen, haben wir direkt beim Eingang in das Wohnzimmer. Rechten Seite haben wir den Balkon. Reicht vollkommen aus, guckt zur Calle Mayor raus. Und direkt haben wir auch die Küche im Wohnzimmer. Küche ist amerikanisch, mit einem Fenster, was sehr wichtig ist in einer Küche. Zwei Schlafzimmer mit insgesamt auch zwei Einbauschränken, die auch ziemlich wichtig sind in einer Immobilie. Und ein Badezimmer, ja eigentlich super Standard, so wie man es halt kennt, hier in den Wohnungen, die wir euch zeigen. Also wirklich super gepflegte, gute Wohnung, direkt in einer guten Lage. Das heißt, gut zu investieren. Zwei Schlafzimmer, nicht nur eins. Und weil wir haben halt normalerweise für den Preis ein Schlafzimmer hier in der Marta. Das war's mit dem Video und ich hoffe, ihr abonniert uns. Liked das Video, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ihr Fragen habt oder Immobilien kaufen, investieren wollt, sind wir der richtige Ansprechpartner. Wir haben eine eigene Wäscherei, wir vermieten 240 Millionen insgesamt hier an der Costa Blanca. Und haben eine eigene Rechtskanzlei, also Beratungsbüro für die ganzen Ummeldungen, für die ganzen Überprüfungen der Dokumente etc. Das heißt, falls ihr Fragen habt, schreibt mir eine WhatsApp oder guckt auf unsere Website, hinterlasst eine Anfrage. Wir sehen uns bald, meine Freunde, zum nächsten Video. Bis bald in Spanien. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020